Musik 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 Wir kommen zum fünften Konzert der Reihe Zugabe, eine Retrospektive. Das ist eine Reihe von Jazz am Helmholtzplatz, zu Gast im Haus der Sinne. Heute Abend hören wir die Band Movie Music, die ich fortvorstelle. Vorher bedanke ich mich noch einmal bei der Senatsverwaltung für Kultur und Europa Berlin für die Förderung und natürlich auch beim Haus der Sinne, Uwe Berndt und sein Team für das Streaming. Und nun zur Band von heute Abend. Wir haben am Klavier Soran Terzic, am Cello Johannes Fink, Bassklarinette Rudi Mahal, und am Schlagzeug Jan Leibniz und heute auch mit Live-Publikum. Sehr aufregend, viel Spaß. Jan Leibniz am Schlagzeug. Applaus 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 Musik 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 Vielen Dank, das war das Stück Robert Evans, benannt daheim. Musik 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 Nicht Musik 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 Das war ein Stück Zorta von Fortuna Das nächste Stück heißt People's Republic of Hunts Musik 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 AKA Musik 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 Dankeschön. Ich spiele ein Stück, das heißt Kleiner Bubu. Also der stirbt am Anfang des Stücks, am Ende lebt er wieder auf. Das ist die Idee. Musik 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 Vielen Dank. 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 Schlagzeug Jan Leibniz. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.